Und damit ein herzliches Hallo und Willkommen zurück zu Carrion. Im letzten Part haben wir die sechsteilige Tür geöffnet und sind hier jetzt in Greenland. Keine Ahnung, da hinten sind Palmen im Hintergrund. Nice. Und wir gucken uns einfach mal um. Der einzige Weg momentan ist hier durch diese WC-Tür. Aber es ist wieder eine sechsteilige Tür. Toll. Oh. Hi. Okay. Ich habe das Gefühl, ich bin zu groß für diese Geschichte. Alles klar. Ich schmeiße mal ein bisschen Biomasse weg. Wo kann ich das denn tun? Da vorne. Jetzt bin ich klein und süß. Klein und süß. Klein, 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 klein. Oh nein. Oh, ich bin dumm. Falsche Taste gedrückt. Dummer Vollidiot. Und nochmal. Ich bin nicht auf Q gekommen, sondern auf Tab. Das war natürlich sehr intelligent von mir. Ja. Oh, das war mein Aufzug. Kann ich einfach hier so runter? Oh. Nee. Aber ich kann versuchen, den zu übernehmen. Nein, das ist die falsche Richtung. Frick. Jetzt weiß er, dass ich hier bin. Kacke. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Okay, ich mache einmal den. So, und jetzt laufen wir einmal rüber. Ich habe keine Ahnung, was mir das bringt. Was ich den übernommen habe. Ah. Oh nein, ich habe es verkackt. Okay. Ups. Guten Tag. Mein Name ist Boris. Ah, jetzt muss ich ihn nochmal übernehmen. Und den Schalter nochmal drücken. Ach, komm, steh auf. Sei mal keine Mimose. Steh auf. Drück den Schalter. Ah, nee, das funktioniert gar nicht. Oh, lol. Gut zu wissen. Äh. Ja, wie denn dann jetzt? Oh nein. Ist er jetzt kaputt? Nee, da unten ist er. Warum liegt denn der jetzt da unten? Oh. Ich wurde von dem Monster übernommen. Äh. Ich muss jetzt hier unten liegen. Ich wurde so weit zurückgeschleidert. Äh. So, jetzt aber. Ja, jetzt kann ich, ich kann nämlich über, über drüber. Über drüber kann ich, was ich nicht zuerst gesehen habe. Okay, ich brauche hier so ein Core. Ähm. Ich kann auf beides, also beide lang. Gehe erst mal rechts. Dann gehe ich hoch. Gehe ich runter. Ich weiß nicht, was mir das bringt, aber ich tue es einfach mal. Nein, das ist meine, meine T- Meine Caps. T- So. Jetzt schalte ich den Hebel. Und jetzt. Kann er springen? Nein. Okay. Gehe ich jetzt wieder nach oben. Gehe ich rüber. Hier kann ich halt nicht lang. Ah, jetzt bin ich, ich bin hier drüber. Alles klar. Alles klar. So, dann. Hier. Da runter. Ich brauche meine, äh, Masse. Wieder. Kriege ich die? Kann ich die kriegen? Ich brauche die. Aber dann komme ich hier nicht lang. Ähm. Ja. Äh. Pff. Sehr gut. Wie mache ich das denn jetzt? So. Oben drüber. Oben drüber. Oben drüber. Rüber, 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 rüber. Runter, 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 runter. Ja. Okay. Ich komme hier halt nicht rein, wenn ich klein bin. Ah. Achso, ich kann hier nicht lang, weil, äh, steh auf. Ich kann ja versuchen. Nee. Das funktioniert nicht. Weil er nicht springen kann. Und jetzt? Weiß ich nicht weiter. So weiß ich weiter. Okay. Ich kann das Glas zerschießen. Richtig, richtig, richtig. Sonst kann ich hier zurück. Kann ich da hin. Und das aufschießen. Und mir den... Ja! Ich kann mir den holen. Den Aufzug. Ja, deswegen... Deswegen ist da auch die, 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 die Röhre. Jetzt macht es Sinn. Jetzt kann ich hier runter. Kann ich hier und das holen. Oh Gott. Um die Ecke denken. Das kann ich nicht, weil ich bin richtig doof. Doof, 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 doof. Aber ich bin noch nicht riesig. Ich bin mittelgroß. Warum bin ich nicht riesig? Aber jetzt komme ich hier lang. Ha, hallo. Hallo, ich bin nicht riesig. Ich bin nur mittelgroß. Was für ein Anmachspruch, ey. Ah, wuuhu. Ah, wuuhu. Ich bin monströs. Und da ist der radioaktive Kern. Den ich mir einverleibe und leuchte wie eine Disco-Kugel. Ja. Disco-Kugeln. Ich mag Disco-Kugeln. Und bam. Oh, und hier gehe ich jetzt durch. Hallo. Und hole mir das Ding. Was auch immer das macht. Polychiria. Grow a third prehens... Ah, ich kann... Jetzt habe ich drei Tentakel zum Greifen. Nicht schlecht. Mehr Arme. Werd ich im Real Life auch gerne. Es gibt so viele Momente, wo ich mir denke, boah, du hast einfach nur zwei Arme. Und das ist voll kacke. Oder zwei Hände. Ja. Schon ziemlich blöd. So. Wir stopfen uns einmal hier durch. Dann stopfen wir uns da durch. Und hier. Und da. Und dann gehen wir hier hoch. Ja. Es geht vorwärts. Und hier schmeißen wir jetzt den Kern rein. Und was passiert? Da geht die Tür auf. Also wir sind da aus der Klotür. Und da geht auch eine Tür auf. Oh mein Gott. So viele Möglichkeiten. Und da gehen auch die Türen auf. Woo. Und da geht auch die Tür auf. Ha. So viele Möglichkeiten. Ich bin jetzt schön überfordert. So viele Möglichkeiten. Merkel. Die Tür. Die sechsteilige Tür ist hinter der Klotür. Ähm. Wo will ich denn als erstes hin? Gehen wir hier oben lang? Ich bin zu groß. Zu groß. Ich muss Biomasse abwerfen. Äh. So. So's. Ja Mann. Okay. Wo komme ich hin? Hier. Äh. Ich kann hier Energie tanken. Oh. Sehr gut. Ich hab übernommen. Dann gehen wir da hoch. Okay. Das war gut. Ups. Sorry. Äh. Licht machen wir aus. Licht ist uncool. Okay. Hier können wir lang. Nee. Können wir nicht. Ich hab gelogen. Ähm. Aber hier hoch nach oben können wir. Oh nein. Ich möchte die nicht bekämpfen, wenn ich nicht groß bin. Oh fuck. Obwohl. Okay. Das hat funktioniert. Nein hat es nicht. Die sind immer noch am Leben. Aber ich mach euch alle Messer. Nee. Scheiße. Ich bin tot. Frick. Oh nein. Wo haben wir als letztes gespeichert? Oh scheiße. Oh nein. Müssen wir das alles nochmal machen? Mit dem Kern und so. Ja. Ja, müssen wir. Ach shit. Shit. Ja. Toll. Das hätte ja auch alles so leicht sein können. Ich hab doch hier den Hebel gezogen. Mach doch mal bitte auf jetzt. Mach doch mal auf jetzt. Ach so. Ja. Hier muss ich natürlich mitnehmen. bin ich wieder groß und stark. Wir gehen durch die Tür. Holen euch das Update. Ich glaube, das sind halt solche Updates, die es halt einfach so gibt. Ähm, so, so von wegen, wenn man alle neun hat, dann gibt's halt so'n, so'n, äh, halt 100%. Das sind halt so 100% Runs. Wo ich ehrlich gesagt keinen Nerv darauf habe, weil, äh, diese Level gehen mir jetzt schon tierisch auf den Keks. Da werde ich nicht jedes, jeden einzelnen Zentimeter absuchen, nur um noch irgendwelche Updates zu finden. Nee, 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 nee. Da hab ich keine Lust drauf. Bin ich ehrlich. Bin ich komplett ehrlich mit euch. Ich bin froh, wenn wir es bis ans Ende schaffen, ohne dass ich hier wahnsinnig werde. Es ist halt teilweise schon, schon anstrengend. Nein, anstrengend ist das falsche Wort. Aber wie gesagt, so, es ist halt immer dasselbe. Man sucht halt irgendwie auf dieser Karte den Weg und so die Kämpfe und so sind halt lustig. Die machen Spaß. Okay, das war falsch. Hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte wieder nach oben. Genau dahin. Ach ja, da war ich zu groß. Ach. Das nervt halt auch. So dieses, die einzigen Rätsel sind halt so, okay. Suche ein Teich, wo du deine Biomasse abgeben kannst und dann komm wieder. So. Ja. Oh, das ist der. Oh nein! Ich hab's verkackt. Das ist einer mit Flammenwerfer. Ja, toll. Wieso komm ich hier nicht raus? Achso, weil ich da bin. Oh, 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 oh. Na, das hab ich halt diesmal richtig gut hingekriegt. Toll. Ich würde ihn trotzdem gerne übernehmen. Aber er weiß, dass ich halt hier bin. Und ist auf der Hut. Das kotzt mich an. Toll. Okay, er hat sich beruhigt. Nein! Ach. Okay, dann hol ich ihn so. Bup! Bup! Oh nein, die sind noch am Leben. Okay, jetzt nicht mehr. Einfach greifen und kaputt klopfen, die Typen. Yes! Yes! Hier bin ich gestorben, ne? Ja. Ich würde hier halt gerne lieber groß sein. Und nicht klein. Hm. Hm, 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 hm. Ja, okay. Oh nein, der Roboter ist da. Hm. Ah, da kann ich groß werden. Oh Gott. Wenn ich jetzt nicht verkacke. Heißt das. Okay. Uiuiui. 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 Okay. Kleistig essen. Vielleicht werden wir noch größer. Hau ab, Alter. Nope. Nee, es reicht noch nicht. Reicht immer noch nicht. Jetzt bin ich groß. Jetzt können wir fighten. Du hast doch keine Chance. Du hast doch keine Chance. Gehe ich da noch fast? Nein. Okay, ich muss aber gegen das, äh, gegen das Ufo noch kämpfen. Nice. Ich sag doch, wenn wir richtig groß sind, dann hat nichts eine Chance gegen uns. Gar nichts. Gar nichts. Einfach nieder... Oh, hi. Oh, und wir können da speichern. Och, ist das schön. Ich liebe es zu speichern. Speichern, speichern, speichern. Speichern. Ja, 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 speichern. Zwei Türen von sechs. Zwei Türen von sechs. Zwei Türen von sechs. Und da wir hier gerade so an einem wunderschönen Punkt sind, riesengroß, dicke Tentakel, ja, Mann, und ein Speicherpunkt, würde ich sagen, dass wir für heute Schluss machen. Wir haben ja doch einen ganz guten Rutsch. Wir haben ja einen ganz guten Lauf. Auch wenn, wie gesagt, es immer noch... Es wird langsam nervig, oder? Also langsam kann vorbei sein. Aber gut. Ich stelle mich halt teilweise aber auch wirklich dumm an. Trotzdem, wie immer, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr weiterhin hier dabei seid bei Carian. Ich, ich bin Whitey. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Doch bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.